Ich lerne Deutsch. Nummer 12.539 Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Es ist nie zu spät, Neues zu lernen. Es ist nie zu spät, Neues zu lernen. Frühlingstage sind ideal für ein Picknick im Park und entspannte Momente unter blauem Himmel. Frühlingstage sind ideal für ein Picknick im Park und entspannte Momente unter blauem Himmel. Frühlingstage sind ideal für ein Picknick im Park und entspannte Momente unter blauem Himmel. Sei offen für Kreativität und finde Wege, deine künstlerische Seite auszuleben, sei es durch Kunst, Musik oder Schreiben. Warum wächst die Pflanze nicht? Warum wächst die Pflanze nicht? Ich habe mich so sehr um sie gekümmert. Warum wächst die Pflanze nicht? Ich habe mich so sehr um sie gekümmert. Nach einer Wanderung in den Bergen trage ich immer Balsam auf meine trockenen rissigen Fersen auf. Nach einer Wanderung in den Bergen trage ich immer Balsam auf meine trockenen rissigen Fersen auf. Guten Tag. Ich bin Marie vom Kundenservice. Was kann ich für Sie tun? Guten Tag. Ich bin Marie vom Kundenservice. Was kann ich für Sie tun? Darüber müssen wir uns einig sein, bevor wir das Projekt den Mitarbeitern vorstellen. Darüber müssen wir uns einig sein, bevor wir das Projekt den Mitarbeitern vorstellen. Vergiss bitte nicht, diesen Kanal zu abonnieren. Und gib uns bitte ein Like. Tschüss. Schau. 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 Vielen Dank.